Schön, dass Sie bei uns sind. Wir sind die Rauchmelde-Experten. Volle Kompetenz, flinke Lieferungen, faire Preise. Und mit Kompetenz fangen wir auch gleich an. Der VDS-zertifizierte Rauchmelder ELRO RM144C hat ca. 11 cm Durchmesser und ungefähr 4 cm Höhe. Das Alarmsignal hat 85 Dezibel und klingt so. Er arbeitet nach dem optischen Streulichtprinzip, wird also auch als photoelektronischer Rauchmelder bezeichnet und überwacht einen Raum von bis zu 40 Quadratmetern. Der ELRO hat einen Testknopf für die Funktionsprüfung und eine LED-Funktionsanzeige. Bei anstehendem Batteriewechsel sendet er einen regelmäßigen Piepton aus. Es geht weiter mit dem Faktencheck. Die Fakten sind der ELRO RM144C hat drei Jahre Garantie. Die mitgelieferte 9 Volt Alkali-Batterie hält ca. ein Jahr. Er ist VDS-zertifiziert und nahezu wartungsfrei. Falls es viel Staub gibt, kann man die äußere Kammer leicht mit dem Staubsauger reinigen. Er kann mit Dübeln und Schrauben oder einem extra Klebepad oder einem extra Magnetpad an der Decke befestigt werden. Er kann einen Raum von 40 Quadratmetern überwachen. Und er meldet, wenn eine Störung vorliegt oder ein Batteriewechsel ansteht, über LED-Anzeige oder Piepton. Aber er kann nicht stumm geschaltet werden. Und er kann nicht über Kabel oder Funk vernetzt werden. Fazit. Der günstigste Rauchmelder mit VDS-Zertifizierung im Sortiment. Sie haben noch weitere Fragen? Zögern Sie nicht, unser Kontaktformular an den jeweiligen Artikelbeschreibungen unter Fragen zum Artikel zu benutzen. Wir antworten ihn umgehend. Sie wünschen eine telefonische Beratung? Schreiben Sie uns eine kurze E-Mail mit Ihrer Telefonnummer. Wir rufen Sie umgehend zurück. Viele weitere Artikel zum Thema Brandschutz finden Sie in unserem Online-Shop rauchmelder-experten.de. Rauchmelder, wir sind die Experten.